La Comba grüßt euch und zwar es geht weiter mit der f1 werbung wer bock hat gern kanal abonnieren würde ich mich freuen und euch erwarten noch eine menge menge videos zum thema pyro und jetzt geht's los hier nico riesen knallteufel 40 stück tischbombe party knaller einmal ein set von vier verschiedenen varianten und einmal die champagner knaller die kennt ja auch jeder wo man am schnürchen zieht dann den die baby kacke eine fontäne effektdauer 18 bis 22 sekunden die gibt es auch also auf meinem anderen video habe ich euch ja die f1 sachen vorgestellt vom norma unbedingt mal abchecken weil der norma hat unheimlich viel und zwar da heißt das ganze ich muss mal eben schauen hundehaufen das glaube ich dasselbe wie hier die baby kacke und was mir auch aufgefallen ist da komme ich aber gleich zu ich mache mal weiter und zwar mit der mit den knallteufeln hier 150 stück von nico hummelflug dreier pack für 1 99 dann die haley skilled für 14 99 190 teiliges set von leslie dann haben wir hier kindersortiment karate kit 167 teilig und cool krokodil 313 teile leuchtsortiment okay das weiß man nicht vielleicht werde ich mir das auch holen und abchecken dann haben wir hier bengalos bengalfeuer 5er pack von leslie und einmal von nico die werde ich mir auf jeden fall holen alle beide beziehungsweise das andere sind 5er pack zu 4 euro 49 da sind alle farben drin und beim bengalfeuer von nico kostet hier jede einzelne 2 99 also da seid ihr auf jeden fall mit dem 5er pack günstiger weg und wenn die angaben stimmen brennen die sogar auch zehn sekunden länger die linken ja feuerschwert von nico für 399 und das feuerschwert gibt es auch beim norma aber mit dem unterschied dass es dort 299 kostet also ein euro unterschied das lohnt sich schon mal und dann haben wir noch die wunderkerzen im 5er pack für 45 cm nico und wunderkerzen in 70 cm beim norma xxl wunderkerzen 70 cm genau auch von nico sind das die gleichen nee das sind nicht die gleichen zumindest ist die verpackung anders hier kostet aber das 5er set 1 99 und hier sind wir bei 399 aber hier wird nicht angegeben beziehungsweise die angabe ist glaube ich 5er pack hier für nico ob das auch für die wunderkerzen die anderen hier rechts für 399 auch zählt weiß ich nicht naja egal so center shop hat auch f1 und ja kleinere auswahl aber wer bock hat kann das ja auch mal abchecken gehen wer ein center shop bei sich in der nähe hat soviel dazu lacoma grüßt euch und wir sehen uns zu meinem nächsten video haut rein tschüss e haw we so we 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 und